Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Videoreihe über die Geometrievereinfachung mit Kettdoktor. Nun möchten wir Bohrungen extrahieren und entfernen. Auch das ist sehr einfach und schnell gemacht. Passen Sie mal auf. Natürlich brauchen wir dafür ein Modell mit vielen Bohrungen. Ich habe Ihnen mal ein schönes rausgesucht. Es sind doch einige Bohrungen enthalten und um diese jetzt zu entfernen, legen wir zuerst die Grenzwerte fest und lassen das Modell durchsuchen. 0 bis 10 mm, das ist absolut in Ordnung und ich durchsuche das Modell. Wenn ich die Bohrungen jetzt extrahieren möchte, habe ich hier unten die Funktion dazu. Ein kurzer Klick und wir bekommen diesen Kühlkanal sehr schön dargestellt, beispielsweise für die Strömungssimulation. Ich mache das jetzt mal rückgängig, um Ihnen zu zeigen, wie man die Bohrungen löschen kann. Auch dafür gibt uns der Apparaturassistent eine Funktion vor und ich lösche alle Bohrungen. Wenn wir das Modell jetzt exportieren möchten, bietet es sich an, noch einmal die Reparaturfunktion zu nutzen, um eventuell Fehlern aus dem Weg zu gehen. Aber unsere Assistent sagt, uns sind keine Fehler enthalten und wir können exportieren. So einfach ist das. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, dann schauen Sie auf unserer Website vorbei. Bis zum nächsten Mal.